So, die Kernerfahrung, die wir alle in der Unternehmenskommunikation dauernd machen, ist, es ist alles irgendwie zu viel. Denn was sich in den letzten Jahren so herausgebildet hat, ist, dass wir mehr und mehr von allem bekommen. Wir haben mehr Kanäle als früher, wir haben mehr Stakeholder als früher, wir haben mehr Formate als früher, mehr interne Kunden als früher und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind eigentlich konstant überlastet. Das Ergebnis ist, dass man am Ende des Tages dann häufig genau dieses Gefühl hat, man hat sich von Meeting zu Meeting geschleppt, sitzt abends da und denkt, aha, jetzt soll ich also eigentlich die Arbeit machen, für die ich eingestellt worden bin. Das geht mir so, das geht vielen meiner Kunden so, wenn ich abends nochmal mit ihnen telefoniere und das ist natürlich extrem unbefriedigend. Anfang letzten Jahres, also Anfang 2023, sah es dann für so einen Moment so aus, als könnte alles besser werden. Da kam dann Chat-GPT um die Ecke und mit ihm dann viele andere Modelle. Und man hatte so den Eindruck, boah, jetzt kriege ich ein Tool an die Hand, das kann mir viel von der nervigen Arbeit abnehmen. Administrative Geschichten, Texte einfach mal korrigieren, vielleicht auch mal neue Texte erstellen, die man aus Fachtexten machen muss, etc. Und dann habe ich endlich wieder Zeit für das, wofür ich eigentlich eingestellt worden bin. Also zum Beispiel, um Strategien zu entwickeln, um mal eine kreative Idee zu entwickeln, um mich um meine internen Kunden intensiv zu kümmern, sie zu coachen und so weiter und so fort. Das Problem war dann, dass so nach einer ersten irgendwie euphorischen Welle sich herausstellte, dass KI, so wie sie kommt, für Profis eigentlich nicht gut genug ist. Die ist einerseits zu generisch. Das heißt, diese Standardmodelle und die Standardprompts, die man so findet, die liefern eigentlich nichts, was ein Profi in irgendeiner Form zur Verfügung stellt. Das ist alles wahnsinnig generisch, klingt irgendwie amerikanisch und stellt einen nicht so richtig zufrieden. Wenn man dann versucht, es besser zu machen, stellt sich raus, dass es eben dann doch verdammt kompliziert ist. Also gutes Prompt Engineering ist richtig Arbeit, braucht eine Menge Verständnis. Die muss man dem ganzen Team beibringen. Das heißt, da wird aus einem einfachen Chat plötzlich richtiges Team-Enabling. Vieles von dem, was angeboten wird, ist zudem auch noch wahnsinnig unsicher. Also personenbezogene Daten kann ich in die meisten Plattformen gar nicht hochladen, weil sie in den USA gehostet werden. Und man hat nie so richtig das sichere Gefühl, dass mit den Daten nicht vielleicht doch irgendwas trainiert wird. Dazu kommt noch, dass alles wahnsinnig schnell passiert. Kaum hat man sich an das eine gewöhnt, kommt das nächste schon wieder um die Ecke. Es gibt ständig neue Fähigkeiten. Man muss irgendwie die Modelle im Blick behalten, um die beste Leistung zu erzielen und so weiter und so fort. Und das dann im Vergleich zu den internen Entwicklungen ist eine riesige Schere, die sich da aufmacht. Denn natürlich versuchen mittlerweile Unternehmen, KI auch mit eigenen Sprachmodellen, eigenen Umgebungen für sich zu nutzen. Aber wie das mit Enterprise-Entwicklungen so ist, das dauert natürlich alles viel länger, weil viel mehr zu beachten ist. Das heißt, die unternehmensweiten Lösungen entwickeln sich langsamer als der Markt und sind ja auch, ehrlich gesagt, selten jetzt für die Unternehmenskommunikation speziell aufbereitet. Also der Traum zerplatzte relativ schnell. Deshalb haben wir für unsere Kunden ein System entwickelt, das sich Assistant OS nennt und das all diese Herausforderungen, Probleme, Hindernisse, Roadblocks, wie immer wir es nennen wollen, proaktiv angeht und im Idealfall dann auch beseitigt. Das Tool heißt Assistant OS oder ich sage immer Tool, aber eigentlich ist es eine ganze Plattform. Also die Plattform heißt Assistant OS, weil sie einerseits unternehmenskommunikationsspezifische Assistenten bereitstellt, die Aufgaben erledigen, die wirklich erledigt werden müssen. Und andererseits aber auch so umfassend ist, dass man sie wie ein Betriebssystem für die Arbeit mit KI betrachten kann. Also OS für Operating System gleich Betriebssystem. Die hat entsprechende Herausforderungen, eben auch fünf Eigenschaften. Das eine ist, sie ist sehr spezifisch auf euch eingestellt. Das heißt, wir bieten maßgeschneiderte KI-Assistenten, die kommen ursprünglich aus dem KI-Know-how, werden dann aber für euch, auf euch angepasst. Also eure Sprache, euer Unternehmen, euer Wissen. Wir versuchen das Ganze direkt bei der Einführung so verständlich wie möglich zu machen. Also mal ganz einfach bedienen. Aber was ich damit tun kann, wie ich vielleicht auch selber prompten kann, darum kümmert sich ein Customer Success Manager oder eine Customer Success Managerin, die sich generell um Weiterbildung und Weiterentwicklung des Teams bemühen. Die Plattform ist sicher, das heißt, die wird in Europa gehostet. Ihr könnt auch personenbezogene Daten verarbeiten. Die Plattform ist sehr agil. Das heißt, wir integrieren eigentlich kontinuierlich neue Entwicklungen, neue Sprachmodelle, neue Audio-Modelle, Bild, Video und so weiter und so fort. Und sie ist auch noch so flexibel, dass sie im Zweifelsfall euer eigenes System, euer eigenes Sprachmodell auch noch mit einbeziehen kann, sodass ihr dann intern nicht in den Rechtfertigungszwang kommt, wieso nehmt ihr was Externes? Also man kann von dem profitieren, was IT, KI oder wie immer die entsprechende Abteilung bei euch heißt, schon vorgebaut haben. Wir nennen das Ganze übrigens Service as a Software, weil es unser Ziel ist, dass die Software, Assistant OS, bei euch die gleiche Servicequalität aufliefert wie eine Inhouse-Agentur. Ich meine, wir bieten natürlich auch drumherum noch alle möglichen Services an, also das Enabling, das Customizing, also das Anpassen an euer Unternehmen, eure Marke etc. Aber wenn ihr es nutzt, dann solltet ihr einen genauso guten Service und genauso gute Ergebnisse bekommen wie früher, als ihr noch direkt mit einer Agentur bzw. Agentur Kreativen gearbeitet habt. Das ist die Oberfläche, die ist recht einfach. Also man sieht unten Chat, in der Mitte sieht man, darauf komme ich jetzt noch, die Assistenten. Aber wer das genau sehen will, der kann bei mir gerne nach einer eigenen Demo fragen. Worauf ich hier jetzt verweisen möchte, ist vor allen Dingen dieser mittlere Bereich mit den Icons. Da steckt die eigentliche, naja, man soll nicht von Magie reden, aber da steckt die eigentliche Produktivität sozusagen. Das sind die Assistenten, die dem System seinen Namen gegeben haben. Und das sind Assistenten, die, so stellt sich unsere KI-Abteilung das vor, so aussehen, die aber vor allen Dingen das folgende können. Also die können grundsätzlich erstmal Content aus Fachtexten erstellen. Die Fachabteilung liefert euch irgendwas, ihr schmeißt es da rein und da raus kommt ein Interview, ein Intranetartikel, ein LinkedIn-Post, was auch immer. Die können sehr viele Formate dabei. Wir haben selber ein eigenes Agenturhandbuch mit 72 Formaten, davon sind schon sehr, sehr viele, stehen euch zur Verfügung. Also ob das sowas ist wie ein Tag mit, drei Fragen an, Pro und Contra etc., das liegt schon dahinter. Text rein, Format raus, selber noch ein bisschen anpassen und ihr seid schon einen ganzen Schritt weiter als ohne KI. Das kann aber auch strategische Arbeit leisten, das Assistant OS. Wir haben Coaches zur Entwicklung von Content-Strategien oder ganzen Kampagnen, die können Personas entwickeln, die können sogar Fokusgruppen ersetzen. Also wir haben einen sogenannten Panel Assistant, der sich aus verschiedenen beispielhaften Personas zusammensetzt und mit dem ihr verproben könnt, ob eine Kampagne fliegt oder nicht. Das gibt es auch in einfach als A-B-Testing, welche der beiden Versionen ist besser. Ihr könnt Bilder erstellen, also anders als nur mit einem ganz einfachen Sprachmodell könnt ihr eben auch Bilder erstellen, die zu eurem Stil passen. Die werden entsprechend trainiert. Ihr könnt News aus dem Web vorbereiten, ihr könnt auf Personas schreiben, ein Text rein, vier Versionen raus, Podcast-Skripte entwickeln, Blog- oder Magazinartikel, Pressemitteilungen, kalte Interviews, auch so ganz basisunterstützenden Kram, wie zum Beispiel Interview-Transkripte bereinigen oder eben eure Sprachregeln zum Thema Gendern oder auf Basis eurer Glossars durchsetzen. Und auch solche Dinge, wie zum Beispiel mit eurer Stimme sprechen. Wir haben zum Beispiel Eleven Labs eingebunden, das heißt, ihr könnt eine Stimme kaufen oder eure eigene Stimme klonen und das landet hier innerhalb eurer eigenen Assistant OS-Plattform. So, was kostet das Ganze? Unsere Idee war, es sollte nicht teurer sein als eine Junior-PR-Stelle netto. Deshalb haben wir gesagt, es kostet 2.999 Euro pro Monat, wenn ihr einen Jahresvertrag abschließt. Da ist der gesamte Service mit drin, von dem ich gesprochen habe. Die Software-Plattform und fünf Teammitglieder. Jedes weitere Teammitglied kostet nochmal 40 Euro pro Monat. Also, auch wenn euer Team größer ist, sollte das im Allgemeinen kein Problem sein. Noch einmal im Überblick, was bekommt man jetzt für 2.999 Euro? Die Plattform, mindestens 50 Standard-Assistants aus der Agentur. Ich habe ja über die Formate zum Beispiel gesprochen oder auch die Strategie-Assistants. Gleich am Anfang passen wir fünf davon auf euch an. Ihr bekommt auf jeden Fall Zugriff auf die OpenAI- und Chat-GPT-Sprachmodelle bei uns auf Azure gehostet, auf Cloud, auf Gemini und auf Perplexity. Also, Cloud ist von Anthropic und Gemini ist das Modell mit dem riesigen Kontextfenster von Google. Ihr bekommt Zugriff auf zwei Grafikmodelle, das heißt auf Stable Diffusion und auf Flux. Flux ist ein sehr cooles neues Modell, aus dem Schwarzwald übrigens. Zugriff auf Eleven Labs, das heißt alles für das Thema Audio-Cloning. Eine Trainingsdatenbank, da könnt ihr eure eigenen Inhalte hinterlegen. Die kann man dann befragbar machen, so ein bisschen wie so ein Wissensassistenten, aber eben auch fürs Training nutzen. Also für das Training des Sprachmodells. Und ihr bekommt drei KI-Workshops im Laufe des Jahres oder gleich alle zu Beginn, zum Beispiel sowas wie Prompt Engineering. Ihr bekommt 52 KI-Ask-Me-Anythings, das heißt 52 Wochen lang könnt ihr jede Woche euren Customer Success Manager 30, 45 Minuten, was immer sich ergibt, sozusagen nerven und mit Fragen beballern, wie ihr denn mit KI am besten umgeht, was die neuesten Entwicklungen sind, wo ihr stecken geblieben seid und so weiter und so fort. Und das eben auf Basis einer persönlichen Beziehung zu eurem, eurer Customer Success Manager hin. So, ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Angebot, weil es eben diese beiden wichtigsten Dinge, die man braucht, das heißt das Thema Enabling durch Service und Nutzung durch Plattform miteinander ziemlich gut integriert. Wenn euch das jetzt interessiert, ruft mich gerne an, die Telefonnummer habe ich hier oder ihr schreibt mir eine E-Mail an c.rossi at kammernrossi.de und im Zweifelsfall findet ihr wahrscheinlich im Umkreis dieses Videos, wo auch immer wir das posten, noch einen Link zu meinem Meeting-Tool, da könnt ihr euch auch gleich einen Termin buchen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und meldet euch gerne.